So, Desert Eagle, Alter. Ab geht's. Ich bin doch immer bei der ersten Waffe, ey. Also immer noch bei der M4, ja? Ja. Schade, ne? Schade. Kontraproduktiv, auf jeden Fall. Ah, jetzt nicht mehr. Ich hab nen Bot gekillt. Skill. Skill. Alter. Boah. Ey, ich hab voll den Headlockers hier gehört, also. So, Topes. Dann gucken wir mal bei dem Meister zu. Da ist er. Immer noch... Oh! Immer noch... Da ist der... Draußen ist er. Vom Pasha Bizeps. Von so ein Wilma natürlich getötet werden. Vom Pasha Bizeps, höchstversöhnlich. Ich komm da in die Tür rein, bam sofort tot. Gibt's Schrot für die Welt, Alter. Ich vergesse immer, dass, ähm... Schrot für die Welt. Ja, das ist, ähm... Könnt ja ein Werbeslogo sein. Gibt's Schrot? Ey, Mann. Ist besser als Brot für die Welt, auf jeden Fall. Was sagst du? Ist auf jeden Fall besser als Brot für die Welt. Schrot für die Welt. Aber wenigstens hab ich schon die UNP. Oh, hey! Oh, hey! Kapitel! Mach mir da Death Metal-Einlagen da? Metal! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Vom vorderen hoch! Alles klar, ey. Ey, wir machen doch nochmal den Sprach-Chat. T überhaupt, oder? Oder Z? Z überhaupt. Z überhaupt. Och, Mann! Oh! 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 Double kill! Oh! 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 Dann mach' mal drei Kills, Alter. Easy. Schrot für die Welt, mann, Alter. Ey, dann machen wir doch nicht. Wo macht man denn jetzt? Wo ist Chat? Ich weiß gar nicht. Hier ein Tutorial, wie man die Sprachaufnahme checkt. Hallo. Nein. Hallo. Nein. Hallo. Nein. Hallo. Nein. Hallo. Nein. Hallo. Hallo. Auf K. Auf K. Auf K. Oh. Da hab ich, ey, das war grad auch Schock, hab ich da geschossen. On your left. Hast gehört? On your left. 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 Ha. Das hat gesehen. Da haben wir auseinander genommen. Easy. Iiii. Wir spielen die schon Rang 20 sind oder so. Ja. Darum. Gehen wir mal kacken. Ah. Können was dauern, ne? Ja, ja. Ha. Komm schon. Simone. Bah Schatz.